Auch wenn mich der Hai jetzt verspeist hat. Oh nice! Okay, wir fangen hier wieder an. Und er hat auch die meisten Truhen alle gespeichert. Gut. Dann holen wir uns die letzte Truhe natürlich auch noch. Und dann versuche ich mir noch das Fragment zu holen. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich einfach. Lass mich in Ruhe! Geh weg, Mann! Ich bin ein kleiner, unschuldiger Fisch. Ich habe ein Recht zu leben. So. Die Truhen haben wir schon mal alle. Jetzt fehlt mir nur noch dieses eine Fragment. Zehn Truhen unter Wasser plündern. Kommt er eigentlich hier auch irgendwo raus? Das Problem ist, dass wenn ich unter Wasser bin jetzt hier, ich kriege hier sehr schnell Panik, dass er mir ersäuft. Und da habe ich echt Angst vor. Nein. Noch mehr Angst habe ich vor dem da. Vor dem großen... ...grauen... ...bösen Viechern. Wie komme ich da jetzt hin? Nein. Lass mich in Ruhe. Alter, so weiter. Nein. Geht weg. Geht weg. Ich habe nichts. Ich habe kein Futter. Ich bestehe aus... ...aus Seetang. Wie komme ich da rein, Mann? Fuck. Fuck. Au. Fuck you. Oh Mann, ey. Wie komme ich jetzt zu diesem verdammten... Verpasst euch. Nein. Oh, jetzt hängt er fest. Jetzt hängt er fest. Wie komme ich zu diesem blöden Fragment? Komm schon. Hier irgendwo. Nein. Na, wie komme ich hier? Fuck. Wie komme ich da rein? What the fuck? Da. Hier. Natürlich. Genau in der Mitte. Wo alle Haie sind. Geh, 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 geh. Danke. Ich habe es geschafft. Wir haben alles eingesammelt. Jetzt muss ich nur noch zurück zu dieser blöden Tauchglocke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, wir haben es geschafft. Bin ich froh, wir haben es geschafft und haben wieder einiges plündern können hier. Sehr schön. So, Holz. So, Holz. Sehr gut. Brauchen wir, wir brauchen Holz. Also musst du leider dran glauben. Damit ich endlich mal meinen Rumpf verstärken kann. Ich bin froh, dass das so gut geschafft hat, ja, so gut geklappt hat, dass wir wirklich alles gekriegt haben. Alle Truhen. Und alle Fragmente. Und alle Fragmente. Das sieht doch gut aus. Dann entern wir die gleich mal. So, komm, 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 komm. Entern, 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 entern. Sehr gut. Bei den anderen Schiffen können wir dann die Jackdaw reparieren und unseren Bekanntheitsgrad senken. Oh, okay, hier muss ich wieder diese Kundschaft ertönen. Oh, schade, kein Getrunken. Einhob ich. Okay. Alles klar. Kümmern wir uns erst mal um diese Crew. Nachladen hier. Au. Oh, da ist so ein großer. Ach, scheiße. So, das hätten wir. Na, komm. Und das wär's. Okay, so, und können wir jetzt Flutter aufnehmen? Oh, das war ein bisschen zu viel hier. Na, hör auf abzuhauen, Mann, du feige Sau, du. Super, ich kann die ja nur versenken, oder? Okay. Oh, halt, der gehört ja jetzt zu uns, ne? Okay, müssen wir eben ein anderes Schiffchen uns suchen, bei dem wir unseren Bekanntheitsgrad verringern können. Jetzt möchte ich aber gucken, ob das gereicht hat. Damit ich endlich dieses Upgrade machen kann. Nein, das reicht immer noch nicht. Verdammt. Okay, dann gucken wir nochmal zur Flotte. Da kriegen wir auch immer ganz gut Geld. Ähm. Jo. Wie viel hat denn das? 32, 45, 40. Ja, bleibt sich gleich, ne? Also kann ich das Ding hier auch... Tschüssikowski. Obwohl, Moment, halt... Wie viel hab ich jetzt? Achso. Das war das Missionsbericht hier. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt leider versenkt. Ist ja auch nicht so schlimm. So, dann machen wir das hier erstmal wieder sicherer. Das wär's auch schon gewesen. So, das hier auch noch. So. Machen wir hier auch noch eine Schlacht. Das erste hätten wir schon mal. Und das zweite ebenfalls. Gut. So. So. Dann machen wir das mal hier. Und das hier. Okay. Hier irgendwas. Nope. Okay. Gut. Dann machen wir das erstmal so mit den Schiffen hier. Und jetzt muss ich mal gucken. So. So, hier haben wir noch einen unentdeckten Ort. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Sehr schön. Schon gefunden. Ich hab schon mein nächstes Opfer gefunden. Alles setzen und schafft zum Wind ausrechten. Und dann können wir unseren Bekanntheitsgrad mit dem Schoner da verringern. Und ich glaube, wie viel hat der? 70. Das müsste doch reichen. Dass wir die Jektor upgraden können. Ja. Ich will dieses blöde Schiff hier haben jetzt. Hop, hop, hop. Abknallen. Das hat das kleine Ding überlebt. Äh. Ha. Nice. Schön haben wir die Motion. Aber hat nichts gedrückt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber es ging noch gut. So, damit ich endlich mein Schiff upgraden kann. Einen. Keinen. Zwei. Drei. Okay. Das wäre erledigt. Das ist immer so schön, äh, schnell bei Schonern. Richtig angenehm. Die bist du sofort los hier. So, Bekanntheitsgrad verringern. Feuer dir an, Jungs! Nice. Na. Wieso lässt du dich nicht fallen? What? Wieso? Äh. Hä? Ich hab doch gerade Holz. Jetzt blöd, oder? Hä? Okay, dann verkaufen wir jetzt eben erst mal was. Scheiße, Mann! Okay, ich, ich hab, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Öffne die Hauptsegel! Gucken wir erst mal, was wir hier hinten jetzt haben. Sieht nach einer Stadt aus. Einer Unentdeckten. Wenn es das ist, da gäbe es auch Assassinenaufträge. So, der hat Holz. Ich will das jetzt nochmal probieren. Ich will mein Holz hier haben. Feuer! Ja, ist sie am schlechtsten! Bereit! Ich kann dieses, ich hab fast 30.000 Real. Ich kann dieses Upgrade fünfmal machen. Es ist jetzt übertrieben. Kannst du nur einmal machen. Aber... Ich hatte jetzt 489 Holz. Dieses Schiff hat 50. Das heißt, ich müsse das rein theoretisch upgraden können, wenn ich dieses Schiff jetzt plattgemacht habe. Okay. ähm, ja, reparier die Jackdaw so, ich fahr jetzt erstmal wieder weiter da hin oh, ha what the hell und ihr keinen Bock, dass ich da hinkomme, oder oder soll ich einfach nur aufpassen, dass es jetzt nicht über den Haufen war ach du scheiße okay, die stehen hier einfach nur so komisch na, gehst du wohl zum Wo ist denn jetzt genau dieser Hafenmeister? Ich hätte gedacht, hier ist einer. Na gut. Damit er... Hier, hier, hier. In which I can help you today? Hm, hab alles verschont. Schon wieder nur 480 Holz. Warum? Muss ich... Was? Was? Warum? Muss ich mein Lager erst upgraden? Oder... Ich kapier's nicht. Mach mal das halt. Plan, Harpone, Stufe 3. Okay. Okay. Mannschaftsquartiere... Können wir auch machen. So, jetzt hab ich das mal mit dem Frachtraum gemacht. Ich hoffe, wenn wir das nächste Schiff jetzt entern, funktioniert das dann auch endlich. Ein paar Schiffe umsonst geentert. Okay, dann machen wir diesen Aussichtspunkt hier. Okay. Das ist eine Schiff. Okay. 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 Nach içine. Und synchronisieren! Kommt der da jetzt runter? Ja. Also vom Weitem hat das überhaupt nicht wie Wasser ausgesehen. So. Die erste Truhe. Hier können wir auch gleich unsere Vorräte aufstocken. Das finde ich gar nicht immer so schlecht. Können wir uns gleich Munition kaufen. Hallo, hallo. Haben wir alles klar bei euch? Nein! Ach, Edward. What the... Fuck, wieso? So. Ich will hier wieder raus. Ich will hier raus. Da. Komm. Auch. Da oben ist das Animus-Fragment. Kann er sich da festhalten? Ja. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal, wenn wir schon hier stehen, um einen Assassinenauftrag. Ich will hier raus. Eine Gruppe britischer Grabräuber ist in diesem Gebiet aktiv und sucht nach Friedhöfen, die sie plündern können. Setzt diesem abstoßenden Treiben ein Ende. In dieser Gegend bist du lustig. noch ein unentdeckter Ort. Super. Gut, das ist ja aktiv. Das bleibt auch aktiv. Dann räume ich nämlich erst noch hier die Insel leer. Das bleibt das Abkünfte. Bis zum nächsten Mal.